Ich bin ja froh, dass er nicht sein kann. Dem würde ich schon noch einen Schlauch in Rechnung setzen, dem Fuzzi. Was meinst du, ich flicke da und dann wieder rein, bevor ich es zurückbringe? Nein, das Loch reinmachen. Beim vorn zurückgehen machst du einfach das Loch rein. Was ist wärmer geworden? Ich habe bloß einen heißen Schmerz am Schienbein. Weil mir ist nämlich mein Pedal volle Necke dagegen geknallt. Eine volle Runde und dann... Wir haben noch 300 Höhenmeter vor uns, mindestens. Höhenmeter? Das können wir noch machen. Ja. Das ist auch eine Lübe. Ja, jetzt ist es kalt. Ja, wir können nur noch mal. Na... Hm... 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 das ist die Kugel, oder? hey, geht doch, müssen wir nicht wissen? nein, müssen wir nicht immer geradeaus in 90 Meter geradeaus auf Schmetto-Hautes-Horches ei 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 jetzt geradeaus auf Schmetto-Hautes-Horches ach, das hat Ding ach, das hat Ding vorsicht fallen ein paar Ankerklinge bei nächster Möglichkeit rechts halten bei nächster Möglichkeit rechts halten bei nächster Möglichkeit rechts halten 33 jetzt rechts halten rechts folgt dem Weg 550 Meter was? was what